ESG ist tot und das ist auch gut so. Wir haben ESG immer eher als Marketing gesehen und nicht wirklich ein Instrument, das etwas verändert. Quantitative Strategien und Nachhaltigkeit, beides Themen, die Investoren über die letzten Monate und Jahre stark beschäftigt haben. Mit IntelCon betritt ein recht junger Player die Asset Management Arena, der genau diese beiden Themen für sich fokussieren möchte. Scarlett Eckert und David Pieper von IntelCon möchten uns heute nähere Einblicke in ihre Strategie geben. Also hallo erstmal aus Köln. Hallo. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Können Sie uns erstmal als recht junger Asset Manager für den Markt einen ersten Einblick in Ihre Philosophie geben? Ja, gerne. Die IntelCon Asset Management ist ein bankenunabhängiger Fund Advisor und was uns ausmacht ist, wir setzen voll und ganz auf das Thema Algorithmen. Wir haben über die vielen Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt mit institutionellen Kunden, die wir beraten haben beim Aufbau, beim Testen und beim Implementieren von regelbasierten Handelsstrategien. Und dieses Know-how nutzen wir eben beim Fund Advisory. Und ein zweiter Aspekt, der uns auch von Tag 1 wirklich sehr wichtig war, war das Thema Impact zu generieren. Und zwar anders als einfach nur ein ESG-Sticker auf ein Produkt zu machen, wirklich einen messbaren Impact, einen Effekt zu erzeugen, der unsere Welt ein kleines Stückchen zumindest besser macht. Es gibt ja bei Quant-Strategien und Algorithmen eigentlich immer zwei Lager, die Befürworter und die, die besonders die Blackboxes sehr kritisch sehen. Warum setzen Sie auf Algorithmen und was verbirgt sich hinter der neuen Strategie IntelCon Global Opportunities? Ja, warum setzen wir auf Algorithmen? Wenn man sich die Behavioral Finance anschaut, aber auch die Performance, egal ob institutioneller oder Retail-Kunden, dann sieht man eben, dass der Mensch eigentlich gar nicht für die Finanzmärkte geschaffen ist. Wir unterliegen ja zahlreichen Biases, also sogenannten verhaltensbedingten Verzerrungen bei der Informationsaufnahme, bei der Selektion, bei der Bewertung. Und wir kommen häufig zu Entscheidungen, die eben nicht rational sind oder sogar höchst irrational. Und das lässt sich anhand von vielen Versuchen tatsächlich nachweisen. Und im Grunde genommen kann man sagen, der größte Renditekiller sind wir selbst. Der größte Renditekiller sitzt vor dem Monitor. Deswegen setzen wir auf das Thema Algorithmen. Algorithmen haben keine Emotionen. Dem Algorithmus ist es völlig egal, ob jetzt gerade ein Corona-Crash vorherrscht oder eine sehr bullische Marktentwicklung. Der Algorithmus agiert nach festen Regeln. Und das ist eben ein sehr großer Vorteil, weil dadurch sehr viele Renditekiller eliminiert werden. Und zum Zweiten ist es so, dass man die Muster, die die Menschen im Markt hinterlassen, eben auch sehr effektiv ausnutzen kann. Beim Intercon Global Opportunities handelt es sich um einen Mischfonds, der auf globale Aktien setzt. Dazu kommen dann noch Terminkontrakte auf Aktienindizes, Bondindizes und dann auch in die Beimischung von Gold. Und alles ist 100% regelbasiert. Und als großen Vorteil sehen wir hierbei nicht nur in Trendphasen Geld zu verdienen, sondern auch im Seitwärtsmarkt, wo wir mit bestimmten Modellen, die wir miteinander kombinieren, auch verschiedene Marktphasen sehr, sehr gut ausnutzen können. Glauben Sie aber, dass Investoren Algorithmen mehr vertrauen als Menschen? Das zeigt auch die Forschung, dass der Mensch erstmal dem anderen Menschen mehr vertraut als einem Algorithmus, weil es natürlich für ihn eine Blackbox ist. Ein gutes Beispiel ist dabei die Einführung der Eisenbahn, wo die Menschen auf einmal lernen mussten, dass sie eben nicht mehr jemanden sitzen sehen wie bei der Pferdekutsche, sondern der Schaffner oder der Führer der Lokomotive ist eben unsichtbar. Und das war schwierig für die Leute, das am Anfang wirklich erstmal zu verdauen. Und es gab große Ängste. Wenn man sich heute mal anschaut, wir steigen in ein Flugzeug und vorne fliegt in der Mehrheit der Zeit auch der Algorithmus, haben wir kein Problem mit. Das Einzige ist an den Finanzmärkten, da gibt es wohl immer noch so ziemlich Bauchschmerzen, was Algorithmen angeht. Aber ich denke, dass sich das mit der Zeit hier auch durchsetzen wird. Des Weiteren wollen Sie ja auch das Thema Nachhaltigkeit und ESG fokussieren. Wie setzen Sie das bei sich in der Firma um? Ja, dazu habe ich eine klare Meinung. ESG ist tot und das ist auch gut so. Wir haben ESG immer eher als Marketing gesehen und nicht wirklich ein Instrument, das etwas verändert. Was verändert sich denn nämlich, wenn eine Aktie von einem Portfolio ausgeschlossen wird und nun in einem anderen Portfolio da ist? Es gibt keinerlei Effekte auf dem Sekundärmarkt, nur dass die Aktie bewertungstechnisch günstiger ist, wenn sie überall ausgeschlossen wird, sodass Akteure, die keinen Wert auf ESG legen, dann sogar höhere Renditen machen können. Also das macht für uns einfach keinen Sinn. Für uns ist ESG ein Stück vom Gewinn, so definieren wir ESG. Und wir machen das Ganze, indem wir einen Teil unseres Erfolges eben direkt in Projekte stecken, die einen messbaren Impact erzeugen. Deswegen auch unser Claim Alpha for Impact und wie genau das funktioniert und welche Projekte wir unterstützen. Das erfahren Sie sicherlich gleich von meiner Kollegin. Frau Eckert, können Sie uns dann Einblicke in die Intercon Foundation geben und welche Projekte da gefördert werden? Ja, sehr gerne. Wir unterstützen die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und finanzieren Projekte zum Klima- und Artenschutz. Weil wir hier einfach den dringsten Handlungsbedarf sehen. Zum einen unterstützen wir ein Projekt von Oceans 2050. Dabei geht es in erster Linie um den Anbau von Seealgen zur Speicherung von CO2. Denn Seealgen speichern weltweit in etwa so viel wie der Amazonas Regenwald. Im Gegensatz zu Wild bieten sie noch weitere Vorteile. Sie brauchen keine Bewässerung, kein Dünger und sie wachsen deutlich schneller. Deshalb sagt man, sie sind ungefähr 20 mal effizienter im Hinblick auf die Speicherung von CO2. Das ganzheitliche Projekt bietet aber auch Vorteile für die Menschen vor Ort, denn es werden neue Arbeitsplätze und neue Perspektiven geschaffen. Außerdem unterstützen wir ein Projekt von Rewild, die sich um den Schutz und die Wiederherstellung der Artenvielfalt kümmern. Konkret unterstützen wir ein Projekt im Animitengebirge in Laos, Vietnam. Das ist eine der artenreichsten Gebiete auf der ganzen Welt. Und hier ist natürlich das Ziel, vom Aussterben bedrohte Tierarten zu retten. Das erreicht man durch Maßnahmen zur Stoppung der Wilderei, zum Einrichten von Schutzgebieten und natürlich auch durch die Unterstützung der einheimischen Bevölkerung, der indigenen Völker, welche die Hüter der Biodiversität sind. Die Foundation wird außerdem von einem namhaften Beirat beraten. Dazu gehört auch Alexandra Cousteau, die Gründerin von Oceans 2050 und Enkelin des bekannten Meeresforschers Jacques Cousteau sowie Michael Stich, der natürlich als Tennisprofi bekannt ist, aber auch seine eigene Stiftung hat und sich für HIV-Infizierte sowie an Aids erkrankte Kinder einsetzt. Insofern setzt Intel.com nicht auf den Renditekeller Mensch, sondern auf Algorithmen und fokussiert sich beim Thema ESG auf die eigene Foundation. Vielen lieben Dank für Ihre Einblicke.